Guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche. Den internationalen Tag der Berge feiern wir heute. Ja, du hast richtig gehört, es gibt tatsächlich für alles einen Tag. Wie das Wetter in den Berglandschaften heute in Österreich wird, sag ich dir jetzt. Oberhalb von 1200 bis 1700 Meter wird es heute schneien. Zusätzlich sorgt heute ein stürmischer Wind aus dem Süden für sonnige Auflockerung nördlich der Alpen. Im Süden setzt jedoch zunehmend Regen ein und in Ostiol und Oberkärnten fällt sogar Schnee. Generell wird es in Österreich aber ziemlich angenehm, denn wir haben im Osten knappe 12 Grad und im restlichen Land Temperaturen von 4 bis 8 Grad. Leider können wir nur im Norden mit ein paar Sonnenstrahlen rechnen, ansonsten bleibt es eher bewölkt und regnerisch. In Wien werden wir von der Sonne geweckt, die jedoch mittags wieder verschwunden ist, dafür steigt die Temperatur auf 9 Grad. Abends lockert es dann wieder ein wenig auf und wir erreichen unseren Tageshöchstwert von 13 Grad. Nachts bleibt es angenehm bei 12 Grad. Und falls du auch schon immer möchtest, dann melde dich doch einfach für die Wahl zur Opernballprinzessin an. Sende uns dafür einfach dein bestes Foto bis zum 26. Dezember und hol dir alle weiteren Infos online auf unserer Homepage. Das Wetter für die kommenden Tage findest du wie immer unter www.heute.at. Genieß den warmen Tag und wir sehen uns morgen wieder.